So, mein Lieben, da bin ich wieder mit dem Dimitri. Er hat sich Mitte im Sturm und um ein Fahrzeug verkocht. Also, wenn ihr mal pausiert, sitzt etwa im Habitat oder in irgendeinem Führerhaus, dann könnt ihr nämlich nicht kaputt geschlagen. Mein Hauptziel momentan im Spiel ist es, die Baupläne für zwei Sachen zu bekommen. Ich habe noch nie einen Bohrer ausprobiert. Bohrer habe ich sogar schon gebaut, aber mir fehlt für den Truck oder für Sonstiges einfach die Baupläne für den Kran und das Raumschiff. So, ich war jetzt da voll gut vorher, habe ich eigentlich völlig umsonst in der Höhle drin rumgekrabbelt. Deswegen fahre ich jetzt mit meinem Truck-Rover gespannen. Jetzt einfach mal durch die Gegend ein bisschen. Und, ähm, genau. Ich gucke einfach mal, dass ich vielleicht irgendwas finde. Da habe ich schon ausgebuddelt, ne? Ne. Doch. Sieht man immer, wenn ich dran war. Da ist immer viel weg. Und zwar, wer die Folgen vorher nicht gesehen hat oder jetzt irgendwie selber spielt, es gibt ja es gibt ja verschiedene Forschungssteine, sag ich mal. So, diese Forschungssteine habe ich jetzt die guten mal auf so Felsen drauf. Die habe ich schon mir eingesackt. Die anderen, komm, hier ist noch ein ganzer Wald. Mal gucken, ob da vielleicht irgendwelche besondere drauf sind. Ne, das sind die ganz normalen. Ich gucke mal, was trotzdem alle gar mal an. Das sind die normalen. Also, ich vermute mal, die Vermutung ist bestimmt nicht schlecht. Obwohl ich ja auch die Forschungssache gefunden habe, habe ich Forschung in so Lager und so, dass irgendwie, ich weiß nicht, warum der das so gemacht hat. Okay. Hier ist noch ein Raumschiff. Da war ich auch schon drin. Hier ist dieser Wald. Ich kann es jetzt natürlich noch immer versuchen, aber die letzte Aktion mit diesen normalen Steinen und die ich immer ähm nichts Besonderes drin. Jetzt ist es natürlich so. Jetzt bin ich die ganze Zeit in dieser Richtung unterwegs. Ich könnte jetzt auch in eine andere Richtung einschlagen. Würde ich sogar eher sagen, dass das vielleicht zum Vorteil ist. Um diese besonderen Steine zu finden. Diese Forschungssteine. Oh, guck mal da hin. Da war ich noch gar nicht. Das sprengt gleich ab. Pass auf. Piu. Was haben wir hier? Oh, ich sehe es schon. Ey, organisch. Braucht kein Sauber. Das Aluminium schnappe ich mal. Dimitri Aluminium sammeln. Andere sammeln. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Hier direkt abriegeln. Oh, da ist so ein Stein. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Oh, saugut. Direkt hingepackt. Direkt hingepackt. Was ist mit euch hier? Die sind auf jeden Fall neu. Oder die sind in bestimmte Gebiete gewesen und ich habe sie nie gesehen. Ne, du bist einfach... Ihr seid einfach irgendwelche Steine. Ja. Gott. So. Da habe ich nur einen. Noch drei Stück kann ich... Noch zwei kann ich mitholen. So. Das war jetzt nicht weit weg vom Lager und ich habe schon wieder was Neues gefunden. Das ist saugut. Und die, genau die meine ich. Seht ihr, das ist so ein richtiger Stein. Da waren immer Forschungen drin. Halt irgendwie doppelt. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ob das wirklich random ist oder ob jetzt in dem ein bestimmtes Teil drin ist. Da hinten ist schon... Oh! Meine Karre zieht mich voll runter. Das ist ja schon geil hier. Oh, da sind diese Steine. Ich gucke mal gerade nach. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt einer dran ist oder drauf ist, aber ich muss mal... Die kenne ich nämlich nicht. Wie ich das letzte Mal gespielt habe. Mein Größe... Ich habe ja sozusagen offline gespielt, ohne aufzunehmen. Und da habe ich ein gigantisches Gebiet eigentlich schon bebaut und alles gemacht, was ich konnte. Aber die dort, die habe ich nie gesehen. Sieht schon ganz anders da aus, ne? Ne, da ist aber nichts. Da ist kein Stein. Der Stein an sich, der wäre bestimmt dann so drauf oder so. Aber... Einen habe ich schon mal. Für zwei habe ich noch Platz. Gucken wir mal weiter. Da ist auch keiner drauf. Da hinten ist aber noch ein. Das sind Teile. Oh. Da haben wir ja wieder einen. Oha. Optimal, oder? Genau. Das kann man auch gut gebrauchen. So. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mal... ausbuddeln wollen? Ne, ne? Ne. Ne, da ist nix. Aluminium. Das könnte ich ja eigentlich gerade abbauen, oder? Wir sind ja nicht so... Wir sind ja nicht so. 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 So. M, 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 M. Okay, warte. Dann mache ich mal die Aluminiumteile noch hier drauf. Eigentlich Aluminium, Erz. Das ist schon mal gut. Das habe ich jetzt gefunden ohne... Eigentlich noch einer frei. Einer habe ich noch frei. Weil dann habe ich... Ich habe noch ein Slot frei für so ein Teil. Ich fahre mal dann in den Berschen rum. Die habe ich jetzt an zwei Ställe gesehen. An einem... An so Steinen. Nicht so Steine. Die waren ein bisschen anders. Aber hier sind sau viele. Oh, noch eine Höhle Eingang. Mein lieber Scholli, hier geht es voll ab, ne? Hier war ich überhaupt nicht. Na, warum nicht? Oh, das ist ein ganz kompletter Krater. Warte mal, da muss ich aussteigen. Da muss ich... Handarbeit machen hier. Das ist ein ganz kompletter Krater. Hört mal, das ist ein ganz kompletter Krater. Und da muss ich aussteigen. Bei einem Spiel ohne Scheiß eine Brücke zu bauen, wo ihr euch nicht kaputt fahrt, das ist extrem schwer. Seht ihr, jetzt ist das Tor schon wieder. Passt mal auf das Tor, das wird nix, ne. So. Oh, das geht noch, das ist... So schlecht ist das gar nicht. So. Nehmen wir mal einen Blick. Ich steuere eigentlich mit der Maus, ne. Also dort, wo ich hingucke, fahrt er auch hin. Wenn ich gerade ausdrücke. So, da haben wir hier. Das ist ein ganz normaler, ne. Ja. Boah, da geht es auch wieder runter. Ach, ganz normale. Ich will diese Steine noch finden. Minischens noch einen. Da habe ich wieder drei Forschungssachen. Hier war ich schon. Ja, da sind es gar noch die Dinger. Okay. Da war ich auch schon überall. Dann geht es den Bergen noch mal runter. Wieder in der Nähe von der Station. Ich gucke gerade, wo nur noch ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht finde ich nur irgendwo so einen Stein oder was Interessantes. Da ist noch eine Abschutzstelle. Die habe ich aber garantiert schon... Ja. Die bin ich jetzt, glaube ich, auch schon mal gewesen. Komm mal dahin, die Felsformationen, wie die aussehen. Das waren auch die Steine. Wo ich die gefunden habe. So, dann könnte ich doch eigentlich mal da... Wie ist das hier oben? Diese Zackensteine da. Die sehen aus wie die anderen, die im Boden sind. Nur anders. Also praktisch die Zacke sieht man noch. Ich probiere jetzt mal... Ich probiere jetzt tatsächlich mal da hoch zu gehen. Ich probiere jetzt mal da hoch zu gehen. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Ist das jetzt so ein Stein? Ist das jetzt so ein Stein oder nicht? Der sieht auf jeden Fall mal anders da aus, ne? Aber so Steine gibt es auch am... Weiß es nicht. Ja, das ist Harz. Ich weiß. Nee, die sind aber anscheinend wirklich so unartig. Jetzt habe ich doch tatsächlich die Dinger entdeckt, ne? Die sind da unten dran. Ich kann aber auch keins mehr holen. Aber jetzt testen wir mal. Fahren wir mal zurück in die Base. Das passt noch in die Folge rein. Genau. Jetzt testen wir nämlich mal, ob da Forschungsmaterial drin ist. Und eine andere, vor allem den Stein. Weil dann wüsste ich nämlich, wo ich noch ein paar herbekomme. Das wäre natürlich super. Super, super. Wie das ist? Französisch? Dimitri, kannst du Französisch? No. Ach, guck mal da. Da ist auch noch so ein Teil drauf. Den kriege ich aber nicht mit, ne? Hat nicht noch Platz, ne? Okay, das ist jetzt... Oder der Planet hat verschiedene, sagen wir mal, Vegetationen. Das war vorher schon. Und ich habe es in meinem alten Spiel einfach nicht entdeckt, weil ich einfach woanders da war. Aber mir kommt das irgendwie... Ich denke eher, dass das neu ist. Ich bin mit dem anderen so weit gefahren. Also ich habe echt gedacht, ich hätte Planeten umrundet. Ich habe drei Basen und alles gerade. So, das Doste interessiert mich jetzt am meisten. Bist du eine Forschung oder nicht? Boah. Scheiß Sprit, ey. Da schmeiß ich gerade hin. Braucht keine Sauer. So, dann machen wir mal das Teil auf. Da ist nämlich immer eine Forschung drin. Bin ich gespannt. Wenigstens der Kran. Das wäre geil. Jawohl. Raumschiff. So. Jetzt brauche ich nur noch einen Kran. Dann ist alles... Dann ist alles ready. Oh, Kohle, ey. Du Drecksack. Kohle, ne? Das darf doch jetzt entforsten. Ich eier mich gerade... Ich eier mich gerade richtig, ne? Aluminium. Also Aluminium haben wir jetzt echt viel gefunden. Da habe ich sogar noch einen Aluminiumblock. Guck euch das mal an, was ich hier an... Materialien schon hann. Gitarren. Und das Dost jetzt... Nicht etwas, was man... Kupfer. Voll bis hin und wieder. Aber das... Was ist das hier? Aluminium. Aluminium. Mal die mal weg. Dann können wir nämlich vier Stück da noch mal hinknallen. Also, sobald man die Trucks hat, ist es tatsächlich eigentlich... So viel kann man gar nicht verbauen. Ich könnte jetzt noch Handelsposten bauen. Da kann man Sachen tauschen. Und da macht man hier die Geschichten hier rein. Und dann wählt man, was man möchte. Und dann irgendwann kommt das... Also kann man es dann tauschen. Und dann kommt das... Zum Beispiel zwei Gemische gegen Ehenharz oder so. Oder Kohle zum Beispiel. Da habe ich immer... Letztes Mal, wie ich das kurz schon... Ach, so viel Kohle gefunden. Und hat die dann immer ingetauscht gegen Lithium, Titan. Hat unheimlich viel Batterien und alles gehabt. Aber das brauchen wir später nicht. Das Raumschiff ist jetzt schon mal geil. Wenn ich denn jetzt wegfahre, könnte ich hier noch ein Raumschiff bauen. Ähm. Okay. Das heißt, wir haben jetzt zwei Optionen wieder. Also doch nochmal zwei. Der Kran will ich hier ausprobieren. Der ist jetzt aber nicht zwingend notwendig, das jetzt zu machen. Dann wäre es eigentlich jetzt viel geiler. Von meinem Verständnis her... Passt mal auf. Ich baue mir hier nämlich... Ich habe so viel Aluminium. Ich baue mal hier eine Fahrzeugbucht hin. Brauche ich nur zwei Aluminium. Ich habe so viel. Mittlerweile schon. Dann kann ich nämlich das Raumschiff als schon bauen. Genau. Das Raumschiff schon bauen. Und dann... Habe ich nämlich gar nicht für andere Planeten. Und oder... Das, was ja auch noch im Raum steht, ist halt dieser Kran. Den ich dann auch noch bräuchte. Okay, Dimitri, nächste Folge Baumann Raumschiff.